Jetzt kommt Infernia von Karl Oldsberg. Das Buch ist ein super Pendant für alle Leser, die gern Erebus gelesen haben oder ähnliche Geschichten. Es geht um Emma. Emma spielt total gern Online-Spiele. Das ist das, wofür sie lebt und liebt. Und im Augenblick hat es ihr Infernia ganz besonders angetan. Es ist ein ganz neues Spiel und dort fühlt sie sich den Aufgaben gewachsen. Ihre Mutter empfindet es aber als mittlerweile schon viel zu viel, was sie am Computer verbringt, die Zeit, die sie dort dafür aufwendet und will ihr den Zeitrahmen immer weiter einschränken. Das findet Emma richtig doof. Dann soll sie Ben einem Klassenkameraden im Mathe Nachhilfe geben und das macht sie auch. Und Bens Vater ist einer der Erfinder oder die Firma gehört ihm, der Gründer, die Infernia auf den Markt gebracht haben. Und Ben besitzt im Keller zwei Simmericks. Das sind Stühle, wo man sich reinsetzen kann und dann hat man ganz virtuell, ist man direkt in dem Reich von Infernia. Und als Emma zum ersten Mal einen solchen Simmerick besteigt und wirklich mit Ben gemeinsam in Infernia landet, ist sie noch mehr fasziniert von diesem Spiel, als sie es jemals zuvor gewesen war. Allerdings passiert dort etwas. Sie trifft auf einen Soldaten, auf Jero Kramer. Und Jero schafft es normalerweise immer, all seine Soldatenkumpanen wieder zurückzubringen, bis auf dieses Mal. Dieses Mal schafft er es nicht, nur mithilfe von Emma selbst, sie schafft es Jero zu retten und hat dann das Gefühl, dass Jero wirklich trauert, dass es ihm überhaupt nicht gut geht mit der Situation, wie sie Jero jetzt quasi zurücklässt in diesem Spiel. Und das verändert ihr Weltbild. Sie hat das Gefühl, dass diese NPCs, so werden sie genannt, die künstlichen Intelligenzen, die in diesem Spiel vorkommen, dass die Gefühle entwickeln können. Und sie startet deswegen eine Petition, dass diese NPCs Gefühle entwickeln. Das sorgt für einen Wahnsinnsaufruf, einen richtig großen Rummel, einen Medienrummel. Allerdings nicht so positiv, wie das Emma sich eigentlich erhofft hat, weil sie gedacht hat, dass das ja vielleicht andere Leute auch ansprechen könnte. Die Firma, die Infernia auf den Markt gebracht hat, bringt natürlich sofort einen Wahnsinnsdruck, bauen sie auf und drohen mit Anwälten und Klagen und allen möglichen. Und dann passiert etwas völlig Unvorhergesehenes. Jero gibt es nicht mehr in dem Spiel. Er wird einfach aus dem Spiel gelöscht. Und jetzt geht Emma erst richtig auf die Barrikaden. Wie das weitergeht, das ist super spannend zu lesen. Das müsst ihr aber selber tun. Wir ran damit.